Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt versuchen Sie es schon wieder. So hatte ich mal vor einigen Tagen in Facebook einen Post geschrieben, wo ich mich genau darüber aufgeregt habe, wie das Thema Corona-Bonds wieder hochgekommen ist. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man in Zeiten der Krise versucht, ordnungspolitische Grenzen einzureißen und im Rahmen der allgemeinen Stimmung, wir mögen uns doch alle und helfen uns alle gegenseitig, die hausgemachten Probleme europaweit zu sozialisieren. Natürlich soll und wird die Europäische Union bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen. Dafür gibt es auch diverse Hilfspakete. Dr. Rieger hat das schon ausgeführt. Der ESM hat auch eine ganze Menge an Kreditvergabemöglichkeiten noch übrig, Liquiditätshilfen zu geben. Klar ist natürlich auch, wenn ich jemandem Geld gebe, dann will ich auch ein bisschen mitreden können, was damit passiert. Ich schiebe nicht einfach Geld rüber und sage, mach das Beste draus. Die Diskussionen haben wir heute genau, heute Morgen genau andersrum gehabt. Also da waren wir nämlich entsprechend vorsichtig. Und ich glaube, dass es einigen Ländern nicht passt, wenn ich jemandem Geld leie und dann ein bisschen mitreden will, ist auch klar. Deshalb fand ich auch diesen einen Sentenz bei dem Antrag der Grünen ein bisschen interessant, dass da drin stand, man soll sich am Green Deal ausrichten. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die Italiener Geld kriegen, dass sie sich dann am Green Deal ausrichten. Also die Diskussion würde ich auch nicht gern führen. Aber ich denke, also hausgemachte Strukturprobleme und Versäumnisse jetzt durch Vergemeinschaftung von neuen Schulden in anderen Ländern aufbühren zu wollen, das widerspricht ganz eindeutig dem Gedanken der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Nochmal, europäische Länder sollen sich durchaus helfen mit Direkthilfen, auch Kreditvergaben. Völlig okay. Aber die hausgemachten Probleme dadurch auf die anderen Länder zu übertragen, dass ich sage, ich kriege eine billige Refinanzierung, aber im Prinzip dann nicht mitreden lassen, ich glaube, das geht auf keinen Fall. Das macht die EU mittels über die EZB im Moment schon schlimm genug. Aber da jetzt nochmal extra Corona-Bonds draufzusetzen, glaube ich, wäre zu viel des Guten. Ein Punkt nochmal zum SPD-Programm, was mich da ein bisschen sehr gestört hat, war die Rede von einem Konjunkturprogramm. Das klingt für mich sehr nach Strohfeuer. Also ich glaube, wir müssen aus der Krise lernen, einiges auch daraus ziehen, einiges anders machen, aber jetzt viel Geld hinterher schmeißen, um alles wieder anzufolgen, glaube ich, ist der völlig falsche Ansatz. Danke. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt. Wir haben im Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion auf Drucksache.